Unsere Juni-Notfällchen sind diesmal gleich zwei und zwar zwei Perserkatzen. Einmal die Dori, das ist die junge Dame hier. Dori ist ungefähr fünf Jahre alt, ist eine super freundliche Katze, mag es gebürstet zu werden, das genießt sie richtig. Die Euglein muss man immer ein bisschen sauber machen, wie das bei Perserkatzen so ist. Sie ist reine Wohnungshaltung gewöhnt und sie steht total auf dem Schnurzel. Schnurzel ist schon ein bisschen älter, er ist schon 19 Jahre alt, also schon ein stattliches Alter für eine Katze. Er hat eine leichte Niereninsuffizient, er braucht spezielles Futter, ansonsten mag er aber auch das Bürsten, ist freundlich. Die beiden möchten unbedingt zusammen vermittelt werden, weil sie eben sehr aneinander gewöhnt sind. Hier sind echte Perserkatzenfreunde gesucht, also Dori und Schnurzel hier aus dem Dresdner Tierheim in Stetsch suchen eine neue Familie.